Hallo 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 Wir machen mal Minecraft Extreme Minecrafting Woah geiler Himmel Bitte Robin Den hast du denn immer noch nicht? Ja komm Äh Gucke Ich gucke Du hättest doch einfach nach oben gucken können ob du da Sterne hast Ja Sterne hab ich Ja aber nicht die original Minecraft Sterne Ja die hab ich ja Ja die meinen wir aber nicht Aber ich wär immer noch dafür Marco dass ihr das Haus nicht so klein und komisch macht Ich mein das Haus muss für drei Leute reichen Ja ich war grad klar Jetzt muss auch jeder sein eigenes Zimmer zum masturbieren haben Ja aber die erste Version gefällt mir schon nicht Oh das fängt schon wieder an Das fängt schon wieder an Weißt du Robin fängt gerade mit mir auch noch damit an Weißt du ihr müsst wissen ja Robin hat sich hier so beschwert zu verwegen gehabt Da müssen wir über ein Thema quatschen Nö Hat wer ein Thema Na dann besser selber zuv sich eins auszusuchen Ja ja mir fällt nur nicht so schnell was ein Ich bin ich so creative hier Ich bin ich so creative hier Ja ich bin aber nicht so creative hier Was haltet ihr denn von der Emo-Szene? Ja nicht so mein Ding Das ist Gesprächsthema Ja das ist ein Gesprächsthema Ja das ist ein Gesprächsthema Damit kann man einfach Themen äh Stunden füllen Themen füllen genau Das kann man auch damit machen Lass mal sowieso Politiker über irgendein Thema diskutieren Ja Mut in Deutschland Ich gewinn eh Nö 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 Netzt stimmt ich gleich allerdings Ja aber auch nur weil er so unnötige Scheiße dann bringt Marco gewinnt nämlich eine Diskussion A durch An dem er unnötige Scheiße bringt Die gar keinen interessiert Und das ist ganz gemeint Einfach keinen Sinn ergibt Dass man einfach irgendwann keinen Bock mehr hat Doch weiter da zu reden Und sich den Müll anhören zu müssen Für mich ergibt die Sinn Ja aber du regst doch leider damit auf Du bist doch der Einzige Nö das du nicht verstehst Was kann ich da für? Was heißt nicht verstehen Das ist einfach behindert Was du da manchmal für ne Kackela warst Aber das will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen Braucht jemand Erde? Nö Ich brauche Holz Tropenholz Troppenholz Brauchst du Tropenholz? Ja ich weiß Hol ich gleich Jan wofür brauche ich Tropenholz? Hast du mal die Mine gesehen? Ja Willst du mir jetzt damit sagen Ja Holz musst du doch wissen Ja Schluckmaier Ja Aber ich wäre trotzdem dafür Dass Wir das Haus anders bauen Ja nö Das auch Ja nö Jetzt sag nicht wieder Das ist der erste Entwurf Weil es würde sonst keinen Sinn machen Da jetzt was hinzubauen Wenn wir es später Nun sowieso wieder abreißen Ich wollte eigentlich sagen Du kennst mich doch Leider von der An die Burg in Terraria Das ist so nötig Was ist mit der Burg in Terraria? Da kam man gar nicht mehr her Ich hab die gesehen die Map Ich weiß nicht was Das war so irgendwie das fälligste Projekt Was Man irgendwie Und Terraria haben kann Irgendwie nicht Ich mein Jan und ich waren einer Meinung die Burg sah scheiße aus Was Was hat er denn jetzt Ich Gott sei Dank Marco ich hab da irgendwie so n Dinges Tabü Mit den Creepern Ja Schon wieder ein Beet explodiert Alter Kannst du mal aufhören unser Beet die ganze Zeit kaputt zu machen? Nicht kaputt mehr Du lockst die an Alter Ich bin da im Ernsten Ja und auf einmal hör ich nur hinter mir jetzt Das nennt man 360 Grad Sicht Ich lauf die ganze Zeit mit der 5 rum Und guck ob etwas mir folgt oder was Ja ja Dann bau mal den Ofen ab mit 21 Mach ma Ja mach ich doch Plats das Haus verbessern Ähm das Haus verbessern Mimimimi Wir brauchen aber 원存ie damit wir hier noch ein bisschen Gras oder pik lassen können Mälents Mosen Weißt du noch der fünfklässler? Ja weißt Jarn Bei uns an der Schule Nein Engineering Und fünf ne, 5 oder 6 Klasse, weiß ich nicht, 5 Klasse, glaube ich. Rum und redet erstmal so Hangover 3, so, 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 like Hangover. Ja, voll viel gesoffen am Wochenende hier, Weed geraucht, gekifft. Alta! Ach, wer weiß, vielleicht hat er ein erfülltes Leben. Die Eltern sind reich. Zu mir kam letztens einer an. Ja, Schabumus, wissen wir, der Paulus. Fand ich irgendwie trauriger. Ja, dann hast du bestimmt gesagt. Ja, du bist bestimmt nicht der Babo. Ne, ne. Ich hab einfach gar nichts gekriegt, ich hab nur Kopf geschüttelt. War das ein Fremder? Ja. Oh, Jan hat Kontakt mit Fremden. Wenn ich halt dann letztens eine Wette von fünf Kumpel verloren, bin ich dann den ganzen Tag, wo ich durch die Schule laufen, alle 5. und 6. Klasse, also die Hand auf die Schulter legen bei denen und dann so sagen, Gott ist auch in dir. Am Endeffekt hat's mir das... Ja, die ganze Zeit bei irgendwelchen Kindern, die ich gar nicht kannte. Sind die nicht zum Lehrer gegangen? Habt ihr was gegen Tropenholz? Nein. Habt ihr was gegen Tropenholzboden? Guck in der Mine, weiß wie es aussieht. Marco, ich rede dich mal um. Hi, Creeper. Marco, das Haus muss aber dann eine Cobblestone-Mischung mit Tropenholz sein, ja? Ja, Marco, sehr gut, als wenn du das wieder zurückgehst und einfach da stehen. Ist der Creeper jetzt im Haus hochgegangen? Nee, am Rand. Ja, Haus gibt's ja sowieso noch nicht. Ist ja nur Rand. Rand? Sich? Es fängt schon wieder an, es fängt schon wieder an, es fängt schon wieder an. Was haltet ihr denn von dummen Witzen? Die unnötig sind, aber man trotzdem drüber lacht, weil sie einfach so behindert sind, dass man nicht damit gerechnet hat. Oder die gar nicht witzig sein sollten. Bin mir echt noch gar nicht sicher, ob die witzig sein sollten. Nein, warum ich die Mine so gut aussehen lasse. Weil du irgendwo einfach unsere Fashion Queen bist. Fashion Queen! Das ist ja eigentlich eher Marco. Dancing Queen, like a homo dancer. Dancing Queen, like a homo dancer, ja! Ah, dann kann ich ja, da Jan mir ja gerade hilft, mach ich mal die Treppen auf dem Boden, weil ich hab keinen Bock mehr immer hier hochzuspringen. Dreck mal hier. Nee, ich helf dir nicht, aber ich hatte einfach nur Koppelstum, weil ich erwarten wollte. Nein! Äh, äh, Redstone gibt nicht viel EP, äh, äh. Wie viel? Ich weiß es nicht, aber ich bin auf einmal Level 5. Ich bin schon 12. Ihr habt schon Mops und Kills, ich nicht. Ja, aber ich nicht so viele. Ich gar keinen. Ich hab schon Erze abgebaut. Hier, fast keine, keine. Jan hat auch schon viel Kohle abgebaut. Was glaubst du eigentlich? Ja, stimmt. Da hat Robin aus, das weiß aber recht. Ich aber nicht. Ja, aber unsere Weizen... Ja, das ist aber auch nicht hier, wenn du's von Jan gar nicht weißt. Aber unsere Weizenfarm entwickelt sich langsam ziemlich gut. Ja. Ja, dreimal in die Luft gegangen. Ist ziemlich explosiv geil. Jan hat wieder alles kaputt gemacht, hier, ey. Ähm, der Zaun wird nur nicht viel bringen, wenn du den so machst, wie ich denke, wie du den machen wirst. Nein, Marco mach ich nicht. Like a homo? Ach Sam, du weißt schon, dass man den Zaun auf 2 hoch machen kann. Du weißt schon, dass er dann scheiße aussieht. Lass mich mal machen. Vielleicht vertraue ich dir auch das Haus an. Also wirst du mir wohl dieses verkackte Beet anvertrauen können. Und das wäre wohl wesentlich schlimmer, wenn das Haus scheiße aussieht. Wieso, das Beet haben wir die ganze Zeit? Das Haus in der Regel auch. Ich mag grad sagen. Das ist das Regelhaus. Das ist das Haus in der Regel. Sollte ja nicht lustig sein, ne? Ja. Ha, ich bin oben. Dancer Washington. Ja, Dancer Washington. Richtig, richtig. Eine kleine Kumpane. Ah, ich hab aber ne Idee, wie ich das mache. Was? Das Haus sieht so scheiße aus. Auch anderes Holz. Ja, schon. Die mir all eure Fichte. Ich hab gar keine. Ja doch, 66. In der Truhe sind voll viel. Was soll ich die da rausnehmen? 9. Und 64. 64. Robins the dancing green. So, jetzt muss man nicht mehr in die Höhle reinspringen in die Mine. Jetzt kann man einfach Bergsteiger spielen. Bergsteiger spielen. Bergsteiger spielen? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Wenn die hochkommen, dann springen die. Oder auch so anwenden halt. Gut, aber die springen jetzt nicht von Blöcken runter. Ja. Ne, eigentlich nicht. Das wollte ich wissen. Die Kiste ist ja fast voll. Hm? Die Chest ist fast voll. Was ist fast voll? Ne. Immer noch die Kiste. Ach, die Kiste. Der Brest. Ja, ich hab's auch irgendwie ganz komisch verstanden und was ich irgendwie... Ich hab Chest gesagt. Ach, Chest. Ich hab fest verstanden. Das hat mich kurz verritiert. Ich dachte, er meinte jetzt die Festplatte, aber es würde ihnen keinen Sinn ergeben. Wieso hätt das keinen Sinn ergeben? Ja, es hätte schon Sinn ergeben, aber nicht in der Realität, in der ich lebe. Ne, aber nicht in dem Zusammenhang. Na doch schon, wenn jetzt die Festplatte voll gewesen wär und du hättest dich gewundert, oh scheiße mein Festplattesfall. Ne, das hätt ich glaub ich gemerkt. Dann wird's erstmal ganz hart anfangen zu ruckeln. Und dann geht die Aufnahme aus. Ich hoffen wir einfach mal, dass es nicht passiert. Das ist ein Redstone. Ach, das ist ein Creeper. Die Truhe drin war für Erze, ne? Ja. Ich hab daneben mal noch eine für, ich hab daneben mal noch eine für Stein gemacht, ne? Die schwebt jetzt in der Luft, aber die kann man ja später nochmal weg machen. Ich brauchte nur irgendwas, wo ich mal einen Stein rein tun kann. Aber irgendwie ist dieses komische Schlucht hier, die, ja was heißt Schlucht, aber dieses Wärme entgegeben ist irgendwie unfaktisch, finde ich. Wenn man da so viel umbauen muss. Was willst du hier machen? Ja, ich baue das halt um, dass es nicht so kacke aussieht, dass es nur so eine Erdwand ist. Ach, du hast es ja hier gerade runter gebaut, ne? Schwarzpulver hat ein Bild, ne? Ja, du hast es ja hier gerade runter gebaut. So, so, wo die Mine ist. Ach, nicht Mine, Farm. Aber das mit dem Wasser hier ist direkt recht praktisch. Dass man hier direkt ein Meer hat. Ja, okay, hätten wir aber auch jetzt ein Teich hier gehabt. Von nem riesen Meer. Darfst du mit nem Boot irgendwo hinfahren können. Ja, und das hier andere, wobei andere auch natürlich. Ich will gleich mal angeln. Wenn ich uns essen besorge. Viel Spaß. Das ist doch nicht, dauert nicht lang. Da war hinten die Kackarbeit. Haben wir Seide? Ja, das sind hier keine Kackarbeit. Seide müssten wir doch eigentlich schon haben. Ich hab doch schon ein paar Spinnen geklatscht. Warte, ich guck mal. Ich hab auch schon ein paar Spinnen geklatscht. Oh, ich hab Kohle gefunden. Äh, ja, drei. Dann reicht doch. Ja, ich sag ja nicht. Warum ist in der Erzetruhe also ist nix, aber die ganzen Erze sind in der Drohe draußen. Das ist... Weil die da noch nicht einsortiert wurden, meine Güte. Ich mach's ja jetzt. Was war das denn? Hellen Baum. Einmal ein Baum in der Nähe. Geht auch kaputt. Nur der unterste Block ist noch da. Wenn die Blätter aneinander sind, dann geht der auch kaputt. Ist irgendwie voll dumm. Die Türen waren grad verpackt, weißt du. Ich bin vorhin so rausgegangen. Ne. Die Türen sind offen geblieben. Ja.